jo was geht euer morin wieder am schlüssel mit neuen herausforderungen an einem donnerstag natürlich in fortnight die woche nummero sieben steht an in der woche wo wir natürlich auch deadpool herausfordern können was heißt herausfordern wir können auf jeden fall freischalten und dieser heutigen aufgaben habe ich für euch und einer davon hat das heißt essegegenstände in die weeping woods oder sogar im obstgarten und wir fliegen jetzt erstmal nach weeping woods ziemlich weit oberhalb von weeping woods sind einige pilze die man snacken kann und zehn stück an der zahl müsst ihr euch davon rein snacken da haben wir doch schon einige pilze so da haben wir fünf stück an der zahl also da könnt ihr euch einfach welche weg snacken und dann zeige ich euch noch die äpfel im obstgarten so was ich gerade hier sehe hier sind auch noch auf jeden fall einige pilze die ihr euch holen könnt die sind genau hier markiert und hier ist der obstgarten also da könnt ihr auf jeden fall gut landen da kriegt ihr auf jeden fall gut welche pilze und äpfel zu snacken so hier unten haben wir dann auch den obstgarten mit den ganzen äpfeln am besten werdet ihr irgendwo am besten von den gebäuden runterfallen und hier sind dann einige äpfel die ihr euch snacken könnt und somit habt ihr dann auch die aufgabe erledigt wir kommen zur zweiten aufgabe nun die heißt versteckt sich einem karton in der schachtel fabrik und die schachtel fabrik die werde ich euch auch noch mal eben schnell zeigen und die schachtel fabrik die findet ihr genau zwischen lazy links und wieder genau da wo ich markiert habe ist so ein kleines häuschen ich glaube da war auch mal zur winterzeit oder zum winter event war da mal so ein kleines gebäude so eine eiszeit gebäude und da sucht ihr euch einfach eine x beliebige kiste aus da seht ihr es auch schon verpackungsfabrik einfach irgendeine beliebige kiste reinspringen und schon habt ihr die aufgabe erledigt und somit seid ihr auch weiter an dem sex skin dran dass ihr da die varianten ghost und shadow freischalten könnt und damit würde ich sagen danke fürs einschalten wir sehen uns bei den neuen herausforderungen bei den weiteren herausforderungen und damit wir sagen haut rein euer moreno bis demnächst